Als die geschenkten Jahre verstrichen waren und des Meisters Bart schneeweiss geworden war, meldete sich der Teufel wieder und winkte ihm zu folgen. Der Schmied lächelte pfiffig und sagte, «Gleich werde ich bereit sein, aber in den aufgestüllten Handsärmeln und den angetragenen Werkstackhosen darf ich mich neben dir nicht zeigen. Ich will schnell die besseren Kleider anziehen. Geh in die Stube und setze dich unterdessen in den Lehnstuhl.» Der Teufel tat, wie ihm geheissen, und der Schmied zog das Sonntagsgewand an, stellte sich vor ihn hin und sagte, «So, jetzt lass uns gehen.» Der Teufel ruckte und zerrte mit aller Gewand an dem Stuhl, fuhr damit blitzschnell im Zimmer herum und konnte sich doch nicht losmachen. «Hör nur auf!» sagte der Schmied und kraute sich im Barte. «Das Reissen und Stössen nützt dir alles nichts. Gib mir noch einige Jährchen zu, dann lasse ich dich frei.» Der Teufel versprach es, wurde von dem lästigen Stuhle befreit und hinkte schnell davon. Als die Zeit um war, erschien der böse Feind zum dritten Mal und schrie von Weitem, »Jetzt rüste dich! Jede Ausrede ist umsonst! Du wirst mir dieses Mal nicht entwischen!« »Das sehe ich leider auch ein«, sagte der Schmied, dessen Stultern schon ein bisschen vornüberneigten. »Die letzte Bitte aber wirst du mir gewiss nicht versagen, denn dort im Garten hangen die schönsten reifen Kirschen. Pflücke mir ein Körbchen voll, das gibt dir ja wenig zu tun, damit ich mich satt esse, bevor ich den schweren Gang antrete.« Der Teufel brummte, »Du hast doch immer wieder etwas zu wünschen, doch wenn es deine Lieblingsfrucht ist, also meinetwegen!« Und er kletterte hurtig auf den Baum und sammelte flink wie ein Affe die Früchte ins Körbchen. Als es voll war, begann er kläglich zu winseln, denn er konnte nicht mehr hierunter. Der Schmied hüpfte vor Freude und lachte sich ins Fäustchen. »Lass mich hierunter!« jammerte und hörte der Teufel. »Ich schenke dir gerne noch einige Jährchen!« »Nein, nein«, lachte der Schmied, »so schnell kommst du mir dieses Mal nicht davon. Gibst du mich frei für immer, dann magst du heruntersteigen, sonst bleibst du dort oben bis in alle Teufelsewigkeit!« Der Böse versprach es, sprang in einem Satz vom Baum, rollte den Schwanz auf und verschwand. Der Schmied hatte sich einen tüchtigen Gesellen herangezogen, sodass er sich auf die leichten Arbeiten beschränken konnte. Als hochbetagter Greis starb er. Der Tod führte ihn vor das Höllentor und klopfte an. Da rief eine Stimme heraus. »Wer ist da?« »Der Schmied vom Rumpelbach«, lautete die Antwort. Da gab's einen grossen Lärm. »Den können wir nicht brauchen«, schallte es zurück. »Der schlägt uns krumm und lahm. Geht vor eine andere Tür!« »Die Schmiede der 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 Schmiede des Schmiede der Schmiede der Schmiede der Schmiede der Schmiede